Südwest, Süd, Südost, Ost, Nordost und Nordwest. Das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Also Südwest, Süd, Südost, mehr weiß ich nicht mehr. Wo ist mein Stift? Also Südwest, nochmal. Das Bild muss zusammen mit der Folie die Lösung für den Safe liefern. Die Route ist Südwest, Süd, Südost, Ost, Nordost und Nordwest. Dann, dann, dann. Südwest. Ah! Stehe dann immer mit links und rechts, okay? Äh, jetzt wieder Südost. Ost. Nordwest. West. Normal. Südwest, ich habe nämlich eins übersehen. Süd. Südost. Südost. Ost. Nordost. Nordwest. Das war die richtige Kombination. Aha. Ein Ring mit einem auffälligen Symbol drauf. Sieht irgendwie keltisch aus. Ein Baum oder sowas. Das hilft mir aber nicht weiter. Eine dreieinhalb Zoll Diskette. Beschriftet ist sie mit Biddeford und dem Datum von heute. Das sieht schon eher nach einem Hinweis aus. Ich sollte mir den Inhalt gleich hier ansehen. Wenn die Diskette keine entscheidenden Informationen enthält, muss ich halt weitersuchen. Aber so oder so sollte ich mich beeilen. Ich weiß nicht, wie lange Boris an Land bleiben wird. Du wirst eh von ihm erwischt. Ist ja wohl klar wie Klosbrühe. Mist. Was ist denn jetzt los? Der Akku ist leer. Und auf dem Schiff ist kein Strom. Mal sehen, ob ich das ändern kann. Was? Der Schrank sieht aus, als bestünde er aus Wurzelholz. Es dürfte sich aber nur um eine dünne Verkleidung handeln. Alles andere wäre zu schwer und zu teuer. Einige Seekarten, Werkzeug, Schrauben und ein Messgerät und... Aha! Ein Schlüssel. Mehr ist nicht drin. Ein aufklappbarer Sitz mit Schloss. Na dann haben wir jetzt einen Schlüssel. Aha! Das dürfte der Stromgenerator des Schiffes sein. Ich schätze, normalerweise werden die Batterien an Bord einfach per Kabel im Hafen aufgeladen. Vermutlich ist der Generator nur für Notfälle gedacht. Aha! Völlig trocken. Ich muss Sprit nachfüllen. Hatten wir ja hier draußen. Hier war doch irgendwo... Ja, ein Benzinkanister. So, und da ich ja aus... Ähm... Aus... Black Morrow 1 gelernt habe, wo ich das ein oder andere Mal gestorben bin... Werde ich hier jetzt speichern, weil ich davon ausgehe, dass der fort zurückkommt und uns dann wahrscheinlich totschlägt. In Ordnung. Bereit für den nächsten Versuch. Sehr gut. Aber auch ziemlich laut. Hoffentlich hört niemand das Geräusch an Land. Mal sehen, ob der Inhalt der Diskette ein wenig Licht ins Dunkel bringen kann. Krankenakte Mrs. Michaels? Fast so. Miss Rebecca Michaels. Verbrennungen zweiten und dritten Grades an Händen, Armen und Beinen. Rückenfraktur, angebrochene Halswirbel. Blablabla. Aufgrund einer Sturzverletzung? Dieser Eintrag ist von 1973. Kurz nach dem Autounfall. Oder besser, dem angeblichen Autounfall? Was will Reginald Boris mit der kranken Akte meiner Mutter? Kennt er sie aus ihrer Zeit in England? Ich... Ich werde mich später darum kümmern. Erst einmal geht es um Angelina. Angelina? Angelina? Hey. Fullers Laden. Und da steht jemand im Schatten. Es ist... Mr. Beiber. Er muss etwas über die Erpressung erfahren haben und ist ausgerastet. Und da ist Angelina. Sie geht in den Laden. Das ist der Beweis. Fuller war schon tot, als Angelina am Laden angekommen ist. Boris hat beobachtet, wie Mr. Beiber Fuller ermordete. Dann muss er erst Angelina und anschließend die Polizei gerufen haben. Aber wozu das Ganze? Warum hat er sie verhaften lassen? War sie ihm im Weg auf der Suche nach meiner Mutter? Oder mir? Guten Abend, Mr. Michaels. Sie! Sie! Bleiben Sie weg von mir! Das ist auf einem so kleinen Schiff schwer möglich. Meinen Sie nicht auch? Was wollen Sie von mir? Das ist alles recht kompliziert, glauben Sie mir. Aber wir werden genug Zeit haben, das alles zu klären. Wir beide werden eine kleine Reise machen. Das glaube ich kaum! Ah! Scheiße! Scheiße! Ich habe ja gesagt, ich werde sterben. So, Paddel! Auch. Kann ich mit ihm reden? Ähm, können wir nicht darüber reden? Nein. Ah! Kann ich nach der Waffe? Ah! Ah! Es war wirklich mutig von dir, dich mit dem Kerl anzulegen. Naja. Eigentlich hatte ich keine andere Wahl. Wenn du das sagst. Hauptsache, die Diskette war noch in Ordnung. Du hast mich damit gerettet. Ja. Nur schade, dass sie Boris nicht erwischt haben. Der wird schon wieder auftauchen. Ich hätte schneller zurückkommen müssen, aber mir gab das Boot nicht her. Wir wissen immer noch nicht, was er eigentlich von uns wollte. Und wenn du jetzt alleine zurück nach England fliegst, wer soll dann auf dich aufpassen? Oh, es ist lieb, dass du dir Sorgen machst. Aber ich muss zurück. Und Boris scheint eher hinter dir und deiner Mutter her gewesen zu sein, oder? Mir wird schon nichts passieren. Ich wünschte trotzdem, du würdest hierbleiben. Oder ich könnte mitkommen. Das hatten wir doch schon. Du musst hier bei deiner Mutter bleiben, bis es ihr besser geht. Und in ein paar Wochen konntest du mich besuchen. Bis dahin weiß ich dann auch mehr über dieses geheimnisvolle Willow Creek. Was? Wie meinst du das? Ich werde Nachforschungen anstellen. Über Willow Creek, über Reginald Boris, über die Zeit, als deine Mutter auf diesem Schloss war. Das wirst du nicht. Bleib bloß weg da. Aber ich bin doch Historikerin. Es ist mein Leben in der Vergangenheit zu wühlen. Mach dir keine Sorgen, Darren. Ich werde dich vermissen. Und außerdem weiß ich ja, wer mich retten könnte. Ich muss nicht erwähnen, dass ich ihr nicht traue. Ja, ein totales Rad ab. Es kam gerade ein Anruf aus dem Krankenhaus. Du sollst sofort rüber gehen. Meine Mom! Ja dann, lauf! Worauf wartest du noch auf schöneres Wetter, oder was? Schöner wird's hier nicht. Mr. Michaels, es, ähm, der Arzt möchte Sie sprechen. Ist irgendwas passiert? Gehen Sie doch bitte einfach durch. Das ist die nette Art von, ich kann dir nicht sagen, dass deine Mutter tot ist. Darren, ich... Wo ist meine Mom? Deine Mom ist... Das Herz deiner Mom hat heute Morgen versagt. Was? Nein, das... Es tut mir wirklich sehr leid. Mom... Nein! Nein! Hallo, hier ist Rebecca Michaels. Ich bin zur Zeit leider nicht zu Hause. Hinterlassen Sie mir doch eine Nachricht, dann werde ich zurückrufen. Darren? Darren, bist du da? Er ist hier, Darren. Reginald Boris ist hier. Ich hab... Ich bin nach Willow Creek gefahren. Ich konnte nicht widerstehen. Verzeih mir bitte. Ich habe einiges über diesen Ort herausgefunden. Hier scheint es so etwas wie eine Verschwörung zu geben. Und ich glaube, Reginald Boris gehört dazu. Ich habe ihn heute gesehen. Und jetzt... Nein! Nein, gehen Sie! No! Darren, hilf mir! Hallo? Hallo! Angelina! Das hat er immer in was von mir, das ich ablenken kann. Das hat er immer in was von mir, das ich ablenken kann. Kapitel 3. Und ich wette, wir fliegen jetzt nach Willow Creek. Oder besser, wir fliegen nach England und fahren dann nach Willow Creek. Aufwachen, wir sind da! Das ist es also. Das einzige Hotel in diesem gottverlassenen Ort. In London musste ich in den Zug umsteigen und dann noch einmal 45 Minuten im Taxi sitzen. Ich bin hier mitten im Nirgendwo. Das Dorf Willow Creek liegt ein Stück die Straße runter. Aber ich sollte mich erst einmal hier umsehen. Angelina muss in diesem Hotel eingecheckt haben. Ja, willkommen zurück in der Irrenanstalt. Würde ich einfach mal sagen. Aber, äh... Ich mache erst mal eine Aufnahmepause, weil ich habe schon so ein bisschen Hunger. In dem Sinne, bis dann. Tschau! 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 Tschau!